Lass uns mit der Operation beginnen. Hier ist meine Hängematte. Da ist meine Maske. Meine Hängematte. Der Patient ist bereit für die Notfallherztransplantation. Es geht los. Weiche Spinnenweben. Ich werde mir eine Matratze machen. Spinnennetze. Ein perfektes Haus für dich. Hier kannst du dich entspannen. Was? Wo ist mein Netz? Wednesday? Hast du es der Spinne gegeben? Mein gemütliches, kleines, maßgefertigtes Bett. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Wie konntest du nur? Das Bett gehörte mir. Warum bist du so sauer? Sing? Ups. Sorry. Ich habe dein Bett nicht gesehen. Wie kann ich das wieder gut machen? Okay. Was ist da drin? Willst du dieses Schloss? Okay. Eine Fliege? Du, Glückspilz. Und dir, Sing, wünsche ich mehr Glück beim nächsten Mal. Wir können uns dein Schloss nicht leisten. Oh, Sing. Ich habe eine Idee. Schau mal. Das ist der Bauplan für dein Haus. Wir werden ein Schloss für dich bauen. Klingt das nicht super? Na, was sagst du? Dann kann es ja losgehen. Wo bauen wir das Schloss? Wir sollten den Tisch nehmen. Okay. Von mir aus. Lass uns den Platz räumen. Woher bekommen wir die Materialien? Ich habe eine Idee. Wir bestellen einfach Pizza. Hi. Ich will eine Pizza bestellen. Hi. Hier ist deine Bestellung. Das macht 100 Dollar. Sing. Bezahl den Lieferjung. Eine Hand. Danke für die Pizza, Kumpel. Mal sehen. Hm, super. Ich brauche die Pizza nicht. Oh, ich habe Hunger. Pizza. Super. Ich muss mich umziehen. Lass uns eine Box-OP machen. Sing. Halt das Lineal gerade. Ein perfekter Schnitt. Was kommt als nächstes? Jetzt befestigen wir den Balkon am Rest des Hauses. Halte das Dach gerade. Winstay. Lass uns weitermachen. Klar. Als nächstes stehen die Fenster auf dem Plan. Okay. Zeit, diese Schamstoffplatte in kleine Stücke zu schneiden. Jetzt kleben wir diese Ziegelsteine auf das Schloss. Hier ist dein Marker. Hey, Wednesday. Danke, Sing. Ich liebe Glasmalerei. Onkel Fester, ich brauche schwarze Farbe. Okay. Schwarz. Genau wie meine Seele. Danke, Onkel. Sieht ziemlich gut aus. Lass uns die Beleuchtung anbringen. High Five. Deshalb habe ich mein ganzes Leben lang diese Eisstiele gebunkert. Sehr schön. Die können wir gut gebrauchen. Wir werden alle Fugen mit Stehen bedecken. Mal sehen, was in meiner Geheimtruhe ist. Pappe. Sie ist vor Angst geschrumpft. Ich mache sie dunkel an. Das ist ein perfektes Dach. Nein. 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 Hey. Ich werde dieses Set. Okay. Onkel Fester. Wednesday. Willst du deinen Onkel sehen? Wir brauchen dieses Küchenset. Kannst du es besorgen? Klar doch. Dick ist zurück. Bin gleich wieder da. Wer ist da? Wow. Das ist eine Menge Geld. Ich bin reich. Hier ist deine Bestellung. Hier Wednesday. Kann ich das haben? Danke. Ich mag dieses Muster. Drucken. Nicht übel. Du hast einen guten Geschmack. Lass uns die bedruckten Fliesen in der Küche anbringen. Und ein paar Möbel. Ja. Endlich kann ich Lasagne kochen. Ich werde die Wände im Flur selbst streichen. Rot ist ein Symbol für Reichtum. Ich habe dir einen Teppich gemacht. Lass uns den Hausflur verschönern. Und wir dekorieren noch die Eingangstür. Der Hausflur ist fertig. Sing, wo bist du? Hast du das Bad fertig gefließt? Du arbeitest auch hart. Sehr schön. Das hast du unglaublich gemacht. Die Wände brauchen auch Fliesen. Jetzt ist es viel gemütlicher. Nicht übel. Aber etwas fehlt noch. Ja. Eine schwarze Badewanne. Es ist so schön, im Schaum zu planschen. Sing. Ich wünsche dir viel Spaß. Ein Wohnzimmerteppich. Und zwei unbequeme Stühle. Damit die Gäste nicht zu lange hierbleiben. Und düstere Vorhänge. Oh, dieses Zimmer ist so cool. Ich kümmere mich um das Schlafzimmer. Ein weicher Teppich. Ein Sonnenschutz. Und ein kuscheliges Bett. Wir sind fast fertig. Wir müssen nur noch Musik auflegen. Juhu. Ich liebe Hauspartys. Willst du tanzeln, Wednesday? Nicht gucken, Onkel Fester. Ups. Endlich habe ich ein Bett. Und dann starben Romeo und Julia glücklich am selben Tag. Ende. Schlaf gut. Verabschiede dich von deinem Schlossding. Mein Schloss. Die Albträume quälen mich schon wieder. Licht. Schüler, setzt euch hin. Ich sagte... Setzt euch hin. Ruhe. Na endlich. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ihr eine neue Mitschülerin habt. Sie ist euer schlimmster Albtraum. Sie wurde von vier verschiedenen Schulen geschmissen. Hier ist sie. Was? Das soll ein Monster sein? Sie ist ein ganz normales Mädchen. Haltet die Klappe. Ist das mein Platz? Danke. Willkommen in der Monsterschule. Ihr Lieben. Zählt, wie viele Monster ihr in diesem Video gesehen habt. Und kommentiert eure Antworten unten. Und sagt uns, wer euer Lieblingsmonster ist. Vorsicht. Ich hab dich. Das ist der Spinn des neuen Mädchens. Green, pass auf. Das war's. Komm schon, Green. Los. Hast du das gesehen? Ich verstehe das nicht. Warum hat unser Streich nicht funktioniert? Mal sehen. Ups. Es hat doch funktioniert. Blue, was ist passiert? Loser. Was für eine lächerliche Bande. Was ist los? Ich brauch nur was aus meinem Spinn. Wer war das? Jetzt bist du ein schwarz-weiß Loser, Wednesday. Löcheln. Das bedeutet Krieg. Das glaub ich nicht. Gib mir fünf. Oh. Das wird ein lustiges Jahr. Schüler, ihr habt Glück. Ihr schreibt heute einen Test. Blue sieht verdächtig aus. Lass mich deinen Kopf untersuchen. Psst. Keine Sorge. Ha. Ein Spickzettel. Wusste ich's doch. Nimm deinen Kopf. Und deine schlechte Note. Wow. Der ist aber streng. Wednesday hat ihre eigene Art Tests zu bestehen. Kopf runter, Wednesday. Hey, Loser. Kate, schummelst du etwa? Ich weiß, dass du schummelst. Aber wie? Ich schummel überhaupt nicht, Mr. Long Legs. Ich beobachte dich. Von den Füßen des Lehrers abzuschreiben, ist echt cool. Als nächstes müsst ihr ein Kind erschrecken. Wir gehen in den Übungsraum. Seid ihr bereit? Wednesday, jagt ihr Angst ein. Mach ihr richtig Angst. Ich? Okay. Sie bewegt sich. Ich bin raus. Gut. Kate, du bist dran. Na gut. Oh, du bist aber süß. Hast du noch eine Kuscheldecke? Oh Mann. Raus mit dir. Huggy, du bist dran. Klar. Er wird es schaffen. Oh, Huggy Wuggy. Du bist da. Ich hab dich lieb. Hilfe. Hilfe. Es ist hoffnungslos. Hilfe. Huggy. Wo willst du denn hin? Nein. Huggy. Wo versteckst du dich? Ihr habt es nicht drauf, Kinder zu erschrecken. Ihr habt alle versagt. Ihr bekommt eine Sechs. Oh, das ist so romantisch. Stimmt's, Wednesday? Ich glaub nicht. Oh, ich will auch Romantik. Das ist für dich, Wednesday. Ich will keine Blumen. Nimm sie einfach. Was? Nein. gut. Es gibt noch ein anderes Mädchen. Kate, die hier sind für dich. Willst du? Du bist ein Blödmann. Du hast Glück gehabt. Die Glocke läutet. Bye, Blue. Verkleidungen. So macht ihr euch unsichtbar. Die Kunst der Verkleidung. Was? Das mach ich nicht. Oh, du hast mich erschreckt. Okay, Blue. Verkleide dich. Hello. Okay. Du hast mich gefunden. Siehst du noch etwas? Nein. Da ist sie doch. Eine riesige Kiste. Ich seh nichts. Gut. Du bist durchgefallen. Na toll. Mädels. Ja, Herr Rektor? Gut. Ihr habt bestanden. Heute werden wir etwas über Bogen schießen lernen. Ist das nicht toll? Hier ist euer Bogen. Und hier sind Pfeile. Eure Aufgabe ist es, das Ziel zu treffen. Oh nein. Kate. Sei vorsichtig. Green fängt an. Ich? Echt jetzt? Ich kann nicht mal richtig sehen. Wo ist das Ziel? Da. So leicht lasse ich mich nicht einschüchtern. Los, Ziel Green. Links. Nein. Rechts. Und jetzt? Schieß. Mein Hut? Ups. Siehst du? Bogen schießen ist nicht dein Ding. Gut, dass ich eine zu tapp. Und Green? Du bekommst eine schlechte Note. Wie wär's, wenn du Wednesday den Bogen gibst? Nicht übel. Ich kann das besser. Ohne überhaupt hinzusehen. Ohne überhaupt hinzusehen. Bravo, Kate. Oh nein. Ich kann es auch ohne zu gucken. Guter Schuss. Pass auf meinen Apfel auf. Mh, lecker. Ha. Sieh zu und lerne. Was hast du vor? Willst du auf deine Nachbarn schießen oder was? Starte den Timer. Drei, zwei, eins. Perfektes Timing. Was? Das war's. Es reicht. Nun, nun, nun. Der Unterricht ist endlich vorbei. Ihr dürft gehen. Gebt mir den Bogen. Mädels, ihr bekommt beide eine Eins. Hey, Wednesday. Wollen wir andere ein bisschen ärgern? Psst. Er hat etwas vor. Hey. Was? Ah. Ein Werwolf. Und wer macht jetzt diese Prütze weg? Oh. Es ist der schönste Tag des Jahres. Prüfungstag. Wer will nach vorne kommen? Hoi. Komm nach vorn. Ich hab mein dämonisches Pendel vergessen. Du bist der nächste Freddy. Ich? Okay. Ich werd lieber kriechen. Ich hab's geschafft. Ich hab schon zwei. Jetzt du. Ja, Mr. Sean. Oh, Engel. Hilf mir. Redhead. Wo willst du hin? Bye. Au. Mein Kopf. Wer kennt die Antwort? Das ist doch total einfach. Los. Ich will eure Hände sehen. Keiner? Na schön. Ihr kriegt alle eine Sechs. Aber unsere Hände sind doch festgeklebt. Das ist ungerecht. Nicht bewegen. Tja, Pech gehabt. Nächster. Aber ich weiß doch die Antwort. Tja, du hast aber nicht deine Hand gehoben. Was ist mit dir, Poi? Wow. Du hast deine Hand gehoben. Willst du antworten? Kann ich auf die Toilette gehen? Klar. Ihr schreibt heute einen Test. Schon wieder? Was ist denn? Okay, gut. Hier ist eine kleinere Tafel. Und eine Aufgabe. Eure Zeit beginnt jetzt. Was? Ich kann nichts sehen. Das ist echt fies. Ist das ein Bildschirm? Ich kann nichts erkennen. Ich brauche eine Brille. Noch eine Brille. Und noch eine. Ich kann immer noch nichts sehen. Karotten sind gut für die Augen. Ja, ich kann etwas erkennen. Zu spät. Die Zeit ist um. Gebt eure Tests ab. Nein. Wir haben nichts geschrieben. Der Unterricht ist vorbei. Wir haben den Tag überlebt. Bye, Leute. Nicht so schnell. Mal los. Schüler. Mal los. Nicht schon wieder. Heute ist der Moment, an dem ihr euren Abschluss an der Monsterschule macht. Glückwunsch. Glückwunsch. Kate, hier ist dein Abschlusszeugnis. Ja. Yes. Endlich ist es soweit. Lasst uns zusammen ein Monsterfoto machen. velmente. Muller. Fertig.